Ja, da kann man wahrscheinlich was von mir machen. Und jetzt. Ja, genau. ... oder fast nur ... Ok, ja ja, das muss ich jetzt machen. Aber dann gehen wir wieder. Oh, das ist super. Ja, 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 die Götzüge. Wieso, die Götzüge können wir ja einfach nicht mehr. Ja, ja, ja. Nein, das muss auch noch stehen. Aber das muss jeder jetzt mal sehen, das müssen wir da haben. Ok. Wenn die Märzen schon, das muss ich kurz auskommen. Oh, wenn die Rähterinnen haben, Aber ich glaube, dass wir jetzt an den Schuss machen, wo die Augen sind. Ich bin mir jetzt aber auch noch mal so. So sicher. Nicht?